Was ist ein Vorwurf der Jugendsoziologinnen, auch der vergangenen Jahrzehnte, dass die Lebenswelt von Kindern mit der Lebenswelt der Schule nur bedingt korrespondiert? Und da wäre es natürlich auch schön, wenn man die Themen, die Jugendliche haben, im Kontext der Nutzung von digitalen Medien stärker im Unterricht auch berücksichtigen könnte. Und ich glaube, da kann man als Lehrkraft auch sehr viele Pluspunkte sammeln, durchaus.